Wenn ich als Mutter eines gelernt habe, dann dass Eltern und Kinder in einer Sache grundlegend andererseits sind. Bei Regeln. Aber 50 Mal am Tag nachzusagen? Nein. Auf gar keinen Fall. Nein auf zwei Beinen. Gehört einfach dazu. Aber all das wird sich nun ändern. Wisst ihr, was ein Yes Day ist? So eine neue Sache, bei dem Eltern einen Tag lang zu allem, worum ihre Kinder bitten, Ja sagen. Warum erfahre ich erst jetzt davon? Yes Days sollen Spaß machen und Mom und Dads sind Spaß bremsen. Wir sind super lustig. Wir haben immer zu allem Ja gesagt. Wir können wieder lustig sein. Wirklich? Na dann los Leute, arriba! Hallo Yes Day! Wer ist bereit für den Yes Day? Ali kümmert sich um dein Make-up. Ich habe eine Vision. Ich freue mich, dass du deine Wasserfarben benutzt, Schatz. Fenster runter! Oh, was? Und was jetzt? Zwei Buchstaben, ein Wort. MÖ. Fenster runter! Das hier wirkt super! Los! Ich bin nicht immer eine Spaßbremse, siehst du? Ihr werdet niemals den ganzen Tag durchhalten. Oh, ist alles in Ordnung, Daddy? Ich will kein Spielverderber sein, aber das war's. Hörst du nach Hause? Wie konnte ich bloß für eine Sekunde glauben, dass du dich verändert hättest? Ich höre mir manchmal selbst zu und da würde nicht mal ich gern Zeit mit mir verbringen. Wenn dieser Yes Day was verändern soll, dann müssen wir es durchziehen. Ich muss diesen Gorilla für meine Kinder gewinnen. Sie werden verlieren, Lady. Ich habe den Gorilla gewonnen! Bitte stehen Sie still. Können wir das wiederholen? Macht euch gefasst auf ein bisschen Spaß! Was ist hier los? Das ist meine Macht! 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 Vielen Dank.